Du Petra, wenn ich mich stärker vermarkte, wirke ich dann nicht arrogant? Hast du dir diese Frage auch schon gestellt? Dann kann ich dich beruhigen. Nein, du wirkst nicht arrogant. Denn diese Frage wird üblicherweise von Personen gestellt, die eher zurückhaltend und introvertiert sind. Und bis diese Personen als arrogant und prahlerisch rüberkommen, müssen sie schon sehr dick auftragen. Von daher sage ich, verschwende nicht deine Zeit, dir Gedanken zu machen, du könntest noch arrogant wirken, sondern verwende deine Zeit sinnvoll, indem du dir überlegst, wie könnte ich meine Beiträge noch stärker sichtbar machen, sodass die Menschen in meinem Umfeld wissen, was ich tue und davon auch profitieren können. Mein Name ist Petra Wüst und wenn du Hilfe bei der Gestaltung deiner Personal Brand möchtest, dann melde dich bei mir. Ich unterstütze dich gerne.